Happy Birthday Sonu Kumar, Happy Birthday Chich Kukok, Kat Haug, Happy Birthday Phineas Mavika, Happy Birthday Rapsan, Happy Birthday Thomas Vogt, Happy Birthday Sean Aritona. Und heute habe ich das Spiel Bullet Echo. Viel Spaß. Okay, los geht es. Ich meine, ich habe das schon ein paar Mal gespielt. Aber... Vielleicht muss ich gleich nochmal nachschauen. Nach dem Tutorial. Einmal ein bisschen heilen. Preuß war noch nicht, aber egal. Okay, Tutorial fertig. Ich mache mich bereit. Ah, da. Da bin ich doch. Jetzt geht es los. Ohne Dächer. Okay, schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss das Tutorial noch mal kurz angucken. Ja, das braucht man nicht. Braucht man nicht. Beginnen. Okay, 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 okay. Einmal kassieren hier. Neue Hellen. Training. Ah, ich habe so wenig. Svenisch Gold. Und da auch Svenisch Gold. Kein Problem. Dann machen wir weiter. Shop. Was gibt es hier Neues? Okay. So. Jetzt habe ich mir einmal die Werbung angeschaut. Gratis kann man nicht. Oh. Hm. Ah. Oh. Ii. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir gehen auch sofort zum Kampf. Mahaha. Komm, spiel mir. Zack, 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 zack. Äh, F. Okay, F und R. R ist, glaube ich, heilen und F war wechseln. F1? Was ist F1? Oh. Nur drei Stück. So. L.T. Okay. Okay. Vielen Dank. Hey. Ich habe mich geopfert. Abholen. Ja, 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 ja. Und Platz 17. Okay, okay. Ich werde noch besser. Jetzt geht's los. Okay. Das sind meine Teammitglieder. Ich bin das Schlechteste von dem Ganzen. Ja, bin ich sowieso, weil... Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Enten wird schon einen erschossen. Oh, ja, 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 ja. Okay. 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 Ich glaube mal, die Munition reicht jetzt. Ich glaube mal, er war stärker als ich. Vielleicht ein bisschen. Let's go. Ergebnis. Zweiter Platz. Nicht speichern. Abholen. Ah, trotzdem. So, dann machen wir noch ein Spiel. Einmal gewonnen, einmal zweiter. Also werde ich jetzt... Ich bin wieder zweitbeste von uns. Von meinem Team. Okay. Okay. Okay, 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 ja. Ach. Oh, das ist so. wird geschossen ja ich sage jetzt werde ich drittert ah mein team ist over und oh zweiter platz von drei kommt noch einmal spielen einmal noch ich möchte noch einmal erster werden und das ist jetzt jetzt will ich erster werden ok dann erstmal hier die Häuser durchstömern weil ja wohl das war ja mal richtig nice zwar nicht von mir jetzt aber war nice die erste kiste nice 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 und unter die top ten ich muss noch einmal die uns sind ja ziemlich kurz daher let's go ok gleich maus verschwinden lassen zack weg ist er mit f1 und dann suchen wir erstmal hier so ok oh das ist ein das ist das ist das ist das ist das ist der oder dass Okay. zweiter sieg in folge und mein platz gut dann will ich jetzt aber sagen das war es für heute noch einmal schnell das hier abholen kann ich denn schon einen helden bei mir aufwerten das war das falsche ja was man die truhen abholen genau da ist es doch okay sachen anziehen okay okay den kann ich aufhören trainiert immer noch trainieren ausrüstet verbessert jawohl das geht ausrüsten verbessern ausrüsten verbessern verbessern ach schau mal einmal komm das rüstet mal aus okay bei ihnen hier jetzt verbessern einfach mal ausrüsten verbessern und ausrüsten schaffe ich nicht mehr aber ich kann es ausrüsten was war bei denen hier ein handschuh ausrüsten zack ich geh mal nochmal zurück bei denen das noch irgendwas granate verbessern verbessern okay handschuhe verbessern geht nicht ausrüsten 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 rüste einfach aus wenn ich das gar nicht gebrauchen könnte aber egal ausrüsten 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 und ausrüsten ausrüsten so das wärs auftrag sammeln gut selber minzen kann man immer gebrauchen glaube ich die kann ich noch zweimal aufwerten den einmal und dieses video anschauen gut verlass mal das einmal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du nächstes jahr bereit bist aber viel spaß und auf Wiedersehen tschau